Hallo YouTube, hier ist wieder eure Lea Lars Bodybuilding. Heute mit einem kleinen Posing Update, wie es jetzt nach meiner Intuitiv Eating Challenge lief, mit dem wieder aufgenommenen Muskelaufbau. Ich hoffe, das Video gefällt euch. Wir haben Samstag, den 29.11. und dann lege ich mal los mit dem Posen. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal. Eure Lea Lars Bodybuilding. Achso, ich bin aktuell bei 3000 Kalorien am Tag Minimum. Manchmal 3500 und so weiter. Also, läuft. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.